Und da hat er allen Grund zum Strahlen der Geschäftsführer Horst Mosler von der Firma Homa Therm aus Berger im Landkreis Mansfeld-Südharz. Was dort aus den Sägespänen entsteht, das zeigen wir Ihnen später in unserer Sendung. Und wir haben noch weitere gute Themen aus der Wirtschaft im Petto. Ihnen einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Sachsen-Anhalt heute. Und auch darüber berichten wir. So, so und alle Stammzuschauer, die wissen, wir verlosen jetzt 10 Cinemax Kino-Wohlfühl-Pakete mit Kinokarten. Rufen Sie ganz schnell an unter der 01 374 01 370. Ja, die Kleingartensaison, die neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Doch schon jetzt sollten die Kleingarten-Fans vorausschauend denken. Denn es gilt dafür zu sorgen, dass das kleine grüne Domizil im Frühjahr schnell bunt erblühen kann. Unser Gartenexperte Armin Matzke zeigt Ihnen, was jetzt zu tun ist. Ja, und morgen freuen sich auch die Kollegen von MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt auf Sie. Da werden Ihnen Hobby-Meteorologen vorgestellt, die einen direkten Draht zu Petrus haben. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten aus Deutschland und der Welt. MDR aktuell mit meiner Kollegin Claudia Knossala. Tschüss, bis morgen. MDR 2021 MDR 2021